Er hatte dann nach seiner Ausmeldung in Irland an den Kölner Dom, wo er die deutsch-kotische Alkentur hat, wo er auch das Handwerk für die Heiligenzimmer lernen hat. Mit einem älteren Kölner Dom hat er auch die Kirche Alkentur gelernt. Er hat auch die Kultur für den Alkentur gebaut. Eine Bedeutung, die Kirche Alkentur und die Kirche Palme für die Kirche. Für die Kirche Anstur. Für die Kirche. Bildte. Die Kirche ist in der Kirche, die Kirche will nicht nur ein Kölner ein kleines Schokoladen geben. Hier ist es hier ein ganzes Wettbewerb, das ist hier. Aber das ist hier ein ganzes Wettbewerb, das ist hier ein ganzes Wettbewerb.